Mehr Geld für die Feuerwehren. Nach den schweren Unwettern der letzten Woche werden die Hilfen nun aufgestockt. Das wurde heute nach dem Ministerrat bekannt gegeben. Wir haben heute eine Novellierung des Katastrophenfondsgesetzes mit einem höheren Garantiebetrag für Feuerwehren beschlossen. Gerade unsere Feuerwehren leisten wirklich Unbeschreibliches und wir wollen damit der Arbeit der Feuerwehrkameraden und Kameradinnen entsprechend unterstützen. Konkret erhöhen wir den festgelegten Garantiebetrag für Feuerwehren aus dem Katastrophenfonds unter Feuerschutzsteuer von 95 Millionen Euro auf jetzt 140 Millionen Euro pro Jahr. Damit soll Planungssicherheit für die Anschaffung von Einsatzgeräten geschaffen werden.